Meine Lieben, heute erzähle ich euch ein Märchen, das habe ich vor vielen, vielen Jahren mal von meinem Kollegen Helmut Wittmann aus Österreich gehört. Da lebte vor langer, langer Zeit einmal ein Weber. Ach, der liebte seine Arbeit. Sie war die größte Freude für ihn. Und weil er mit so viel Liebe und so viel Sorgfalt und Begeisterung arbeitete, wurden seine Stoffe auch ganz besonders schön. Reich wurde er deshalb trotzdem nicht. Aber das kümmerte den Weber überhaupt nicht, denn er hatte ja genug zum Leben. Auch für seine Frau und die Tochter war gesorgt, genauso wie für die alte Mutter, die noch bei ihnen im Haus lebte. Ja, und was kann man sich denn mehr wünschen als eine Arbeit, die einen erfüllt? Ach, der Weber war mit sich und der Welt sehr zufrieden. Nun, ich kann es euch ja heute verraten, seine Frau, Tochter und auch die alte Mutter, die waren nicht so zufrieden. Denn sie hätten gerne wenigstens ein bisschen mehr gehabt. Immer wieder, da redeten sie auf den Weber ein, die Stoffe seien viel mehr wert, seine Arbeit sei so kostbar, da könne er ruhig mehr für verlangen. Aber der Weber, der ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Unbeirrt saß er Tag für Tag am Webstuhl und machte seine Arbeit. Einmal aber, da geschah etwas ganz Schlimmes, da brach sein Webstuhl. Ja, lange Jahre hatte das Gerät gehalten, aber jetzt, jetzt war es kaputt. Was sollte der Weber tun? Er überlegte kurz. Und dann machte er sich auf in den Wald, um Holz für einen neuen Webstuhl zu holen. Es war gar nicht so einfach, das Richtige zu finden. Aber schließlich, da stand er vor einem Baum, den schaute er an und dachte, ja, der ist für einen Webstuhl genau richtig gewachsen. Und den wollte er fällen. Kaum aber, dass er zum ersten Hieb ausholte, hörte er plötzlich eine Stimme. Halt ein, stopp, schlag meinen Baum nicht um. Hörs? Der Weber schaute sich um. Wer spricht denn da? Es war der Baumgeist. Ich bitte dich, schone meinen Baum. Ja, aber ich brauche das Holz für einen neuen Webstuhl, meinte der Weber. Wie soll ich denn sonst weiterarbeiten? Wovon sollen wir leben? Höre zu. Wenn du den Baum verschonst, dann soll dir ein Wunsch erfüllt werden, ganz gleich, was du dir wünschst. Da überlegte der Weber gar nicht lang und sagte, gut, gut, das gefällt mir. Aber das kann ich nicht alleine entscheiden. Dafür ist die Angelegenheit so wichtig. Da soll auch meine Frau mitreden. Gib mir ein wenig Zeit. Gerne, meinte der Baumgeist. Je mehr, desto lieber. Komm einfach in ein paar Tagen wieder. Da ging der Weber nach Hause und dachte nach. Hm, was sollte er sich denn wünschen? Und so erzählte er zu Hause seiner Frau, was er erlebt hatte. Ja, stell dir vor, sagte er, wir haben jetzt einen Wunsch frei. Ganz egal, was wir uns wünschen. Er wird erfüllt. Da mischte sich die alte Mutter ein. Ja, was gibt's denn da zu überlegen? Das Wertvollste ist Gesundheit und dazu ein langes Leben. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Also, was kannst du dir und deiner Familie mehr wünschen als Gesundheit? Nein, 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 sagte da die Tochter des Webers. Was nützt denn die Gesundheit, wenn wir so arm sind wie Kirchenmäuse? Wünsch dir lieber, dass du reich bist. Mächtig wie ein König. Dann müssen alle zu uns aufschauen. Und wir haben prächtige Gewänder. Ach, wir haben alles, was das Herz begehrt. Jetzt tat auch die Frau des Webers das Irrige dazu und sagte, ach, hör mir doch auf mit König und so. Ach, als König hat man jede Menge Verpflichtungen und man muss sich um das ganze Reich sorgen. Nein, das wäre doch kein Leben. Wünsch dir einfach, dass du jeden Tag einen großen Ballen Leinwand bekommst. So einen, für den du sonst ein ganzes Jahr brauchst. Dann sind wir gemachte Leute. Der Weber hörte sich das alles an und dachte bei sich, aber das nimmt mir ja die ganze Freude an der Arbeit. Was soll ich denn tun, wenn ich gar nicht mehr weben muss? Einfach nur herumsitzen? Nein, das will ich nicht. Und so ging er, gedankenverloren, schließlich wieder hinaus in den Wald. Dort setzte er sich unter einen Baum und atmete tief durch. Ach, da wusste er mit einem Mal, was er sich wünschen sollte. Schnell lief er zum Baum, bei dem der Geist mit ihm gesprochen hatte. Vorsichtig klopfte er an die Rinde. Schon stand der Baumgeist wieder vor ihm. Weißt du jetzt, was du willst? Ja, ja, ich weiß es. Nun, dann sag's. Verschaffe mir einen prächtigen Webstuhl. Einen, an dem die Arbeit leicht von der Hand geht und der nicht zu zerbrechen ist. Das soll geschehen, meinte der Baumgeist. Er steht schon bei dir zu Hause. Aber verrate mir eins, wer hat dir das geraten? Niemand, sagte der Weber. Das ist mir selbst eingefallen, dort unter dem Baum. Da lachte der Baumgeist. Der Weber bedankte sich und ging wieder nach Hause. Und dort stand ein Webstuhl, wie er ihn sich besser, handlicher und schöner nicht hätte vorstellen können. Und daran zu arbeiten, war eine große Lust. Und so verbrachte der Weber noch viele, viele Jahre an diesem Webstuhl. Und weil er mit so viel Freude, Liebe und Begeisterung webte, wurden all die Stoffe auch besonders schön. Für teures Geld wurden sie ihm aus der Hand gerissen. Reich wurde er damit nicht. Doch ein schönes, unzufriedenes Leben, das hatte er. Und ihr wisst, wie's ist, nicht wahr? Wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute. Kampmeier's Kinderkanal